Hallo, ich freue mich sehr, dass ich wieder mal ein Buch vorstellen darf in Schliersee. Mit der Jennifer von der Bücheroase werden wir am 1. Dezember um 19.30 Uhr im Heimatmuseum sein. Und dort werde ich aus meinem neuen Buch nicht nur lesen, sondern ich habe auch viele Filme und einige Töne mit im Gepäck aus der Hohen Arktis. In dem Buch geht es um den Klimawandel, aber ich bemühe mich sehr, dass das nicht zu einem Endzeitstimmungsbuch wird, sondern ich zeige da auch Lösungsmöglichkeiten auf und ja, eigentlich versuche ich zu erklären, wo der Klimawandel herkommt und was wir dann auch wirklich noch so dagegen tun können. Also es ist eigentlich ein Buch, das Mut machen soll. Ich bin da seit langem ja schon in Spitzbergen unterwegs und sehe diese dramatischen Veränderungen, vor allem in den letzten paar Jahren und habe mir da auch viele Wissenschaftler gesucht, die mir da diese Veränderungen auch sehr kompetent erklären. Und ja, so ist wieder wie so ein Puzzle bei meinem letzten Buch entstanden, das dann zum Schluss ein großes, hoffentlich schlüssiges Bild ergibt. Und da freue ich mich, dass ich das in Schliersee vorstellen kann. Und mit von der Partie aus der Bücheroase ist diesmal auch der Alpenverein, wo ich jetzt auch Umweltbeauftragte bin. Und der Alpenverein, die Sektion Schliersee, setzt sich ja auch für Klimaprojekte ein und deswegen präsentieren die sich da auch. Und auch das Martino, das Funktionelles.de im Neuhaus, die sind auch dabei, weil die mich schon lange bei meinem Plastikprojekt auch unterstützen und jetzt auch so einen plastikfreien Shop haben. Und das sind für mich halt immer so die Mutmacher am Horizont, dass es halt auch Unternehmen gibt, die wirklich was verändern wollen. Und deswegen sind die auch dabei. Also wir freuen uns auf euch am 1. Dezember 19.30 Uhr im Heimatmuseum.